Alter, mein Herz, mir tut der ganze linke Arm weg, ich steh kurz vor dem Herzinfarkt. Mal schon mal den Versicherungsvertreter anrufen und die konnte nochmal durchgehen. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence und wir sind dabei, das nächste Teil fertig zu stellen. So wollen wir gerade eben fleißig tauchen? Fleißig ist übertrieben, aber... Also ja, ich war fleißig, aber wir hatten 50 oder 53 normale Kristalle, 119 Kohle und sage und schreibe 11 Schwarzkristalle. Und ich war echt bestimmt zwei Tage oder anderthalb Tage unten, hab da meine Runden gedreht. Das war mies. In der Zwischenzeit war ich fleißig Erze fahren und ich hab eigentlich eine ganze Menge für so... für so kleine Runden, die ich gemacht habe. So, ich brauche jetzt sechs Heavy Balls und vier Premium Mechanikteile. Und ich glaube, wir haben das schon so weit vorbereitet, dass ich nur noch eins herstellen muss. Und sechs Heavy Balls und hier waren vier. Genau, das war das letzte, uns fehlten nämlich die Schwarzkristalle. Da hatten wir nur noch zwei von. Aber jetzt kann ich das letzte Ding herstellen. Das dauert ja nicht so lange. Äh, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ich würde mich freuen, sonst kriege ich wieder Schläge. So, oh nein. Endlich regnet es. Äh, Hammer, Hammer. Aber das ist ja in Süd, dann brauchen wir die Beete nicht gießen. Erstmal. Ja, außer die, die unterm Dach sind, die müssen wir immer gießen. Da regnet es nicht durch. Ach, das ist ja in dieser Anstelle. So, hier sind Zehner, aber wir sind nicht. Oh, nee, die brauchen wir schon wieder trinken. Wir brauchen schon wieder Bio-Sprit. Nicht Quatsch. Nein, nicht du. So, und essen wollen die auch schon wieder. Flop. Hast du mal geguckt, ob die Fallen noch heißen nehmen? Mein Reisen. Ob ich das nicht geschafft. Da ist bestimmt Gammel... Gammelhuhn. 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 So, nun komm. Warte immer. Äh, nee, die sind bitte weg. Äh, wir sollen neue bauen. Solange die keine Erze brauchen, ist mit der D-Hall. Nee, 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 Erze brauchen wir nicht. Müsste ich endlich auch mal reparieren. Ja, die Erze brauchen wir nicht. Ja. Ja. Müsste ich doch ein paar Kristalle abhaben. Weil wir wollen ja die Banditen jetzt auch wieder anmachen, weil wir wollen ja die Banditen jetzt auch wieder anmachen, bald. Also, eben weil jemand noch runter war. Zusammen, ja. Ja. Ah. Ah. So, dann gucken wir mal. Nächster Teil. Ähm, ähm, ähm. Ja. 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 Dann müssen wir noch eins bauen. Sitz und Elektronik. Ja, ich brauche ja auch so ein Moped. Nee. Wie, nee? Nee, reicht eins. Wie soll man zwei bauen? Wo soll man die Materialien herbekommen? Die man niemals. Oh, er hat nur einen Sitzplatz. Ja, dann musst du hinten draufstehen oder vorne. Irgendwie. Hä? Oh, fuck. Irgendwas hängt. Aber mir auch. Jetzt nicht mehr. Mich frisst Rolf. Oh, ey. Der Gast ja. Ist der noch hinter mir? Nee. Mich angenagt. Level 9. Level 9. Reicht der Strom überhaupt? Ja, wenn ich pausieren würde, der wird nicht reichen für das ganze Ding. Nimmig an. Aber. Oh, nee. Die Dinger sind ja an, wa? Ja. Ja, die sind an. Aber müsste ja trotzdem noch minus. 5, 6, 7 sein. Naja, was haben wir denn jetzt? Minus 11. Ist ja klar. 10 nimmt es ja. Naja, aber es sind ja plus 6 Strom. Naja. Und minus 11 sind raus. Ja. Also gehen raus. Und wie viel kommen drin? Na, 5. Komma 9. Äh, Fallen bauen. Das Elend noch. Geh nochmal zum Erzfelsen, glaube ich. Ähm, ich baue mal Hühnchenfallen hier und stell die wieder hin. Und bestücke die mit Grünkram. Dann haben wir da nochmal ein bisschen. Scheiß Wetter, ey. Da macht mir den Erzaken so viel Spaß. Stimmt. Können auch die Wölfe nicht grunzen? Bei Regen. Nein, stimmt. Oder nur schwer. Wenn es schon zu spät ist. Naja. So, jetzt haben wir noch sage und schreibe neun Schwarzkristalle. Können wir also drei so eine Heavy Boats bauen. Wenn das nächste Teil nur drei braucht, das wäre geil. Aber, ich glaube nicht. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich hab da wenig Hoffnung. Gerade das nächste Teil sind ja die Räder. Die brauchen bestimmt viel Heavy Bowls pro Rad. Berechnet der bestimmt heimlich im Hinterkopf. Was baut er jetzt? Die Außenkarosse? Jetzt baut er was aus, ne? Okay, ist ja schon bei 35. Schon. Äh, ja. Noch 3000 Strom. Äh. Schon wieder zwölf Eisen. Aber wir brauchen Zink viel eher mehr. Mehr, viel mehr. Ja, genau. Haben ja schon einige geschrieben, dass das Problem eher Zink ist als alles andere. Ja, Eisen können wir dann schon zuwerfen wieder mit fast. Könnten schon wieder zwei Dietrichs bauen. Ah, ich hab ja eh nicht gefunden in dieser Lava-Höle. Ja, okay. Ich hab ja eigentlich noch mal eine Dietrich-Kriste suchen hier. Mh, ja. Mh, ja. Er stellt Fallen. Stelle er. Eins. Und zwei. So. Hühnchen fallen, stehen. Bist du Richtung Erzfersen unterwegs? Okay, dann kannst du ja noch nach Dietrich-Kriste gucken kurz. Ach, ich weiß immer nicht, hier wo die liegt. Ich kenn nur die andere Seite viel besser. Alter, Erz ohne Ende. Aber nur Eisen und Kalium. Kalium. Dann komm ich mal hin zum... Oh, scheiße, Mann. Ich träg die scheiß Axt. Ja, stimmt. Hast du den Schreck gekriegt wieder? Ja. Juhu. Ich hab schon wieder 24 Eisen. Ja, Eisen, aber... Zink. Ja, ein gewildetes Eisen ja auch nicht, aber ich kann's ja jetzt nicht liegen lassen. Nur wenn ich's nicht will. Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen Zink. Oh. Nee, nee, nee. Eisen brauchen wir ja auch. Da hängt ein Zink, aber da komm ich nicht rein. Ja, ich hatte auch vorhin eins... Die Zink hängen auch immer so blöd. Mann, lass mich doch in Ruhe mit deinem scheiß Schnabel hinter mir hier. Ich hab auch schon so ein bisschen... Paranoia hier im Regen. Das hört sich immer an, als wenn was hinter mir ist. Aber das sind nur die eigenen Schritte irgendwie. Hm. Das ist echt komisch an. Nun los, komm, ein paar Zink noch. Gib mir ein Zink. Ein Zink. Ach, ach nee. Ist ne scheiß Kali. Mann, nee. Naja, denn nicht, wa? Denn... Muss halt ohne Zink, zink, zink gehen. Oh, da ist eh ein Zink... Aber das hängt auch so weit oben. Ah, zwei nebeneinander. Ach, nee, es war da noch. Nee, da kommt man wirklich nicht rein. Das war bestimmt das, was du meintest. Ja, rechts. Dann geht man einen Berg hoch. Geht überall rechts ein Berg hoch, wenn ich mich drehe. Ja, ja, ja. Das ist da, wo wir brutal die Wallspace hatten. So, diese kleine Plattform. Da in der Nähe hinkt jetzt. Ach, da. Ach, so, okay. Ich vergaß. Ja, hier ist auch nur Eisen. Ist ein Eisentag, okay? Wir brauchen das auch, aber nützlich ist es gerade nicht. Dreimal Eisen. Mein Freund, der Erzfels. Ja, ein Glück gibt es den. Wenn der jetzt hier komplett über die Map rennen, ist das drüber. Hast du den nicht durch? Ich hab dir den gegeben. Nee, den hast du mir nicht gegeben. Ach doch, den hast du... Doch, den hinkt irgendwo. Warum hab ich den in der Tasche? War ich dir den nicht gegeben? Kann ich mich nicht erinnern. Du hast den Dietrich hiervon. Komm her, gib den ab! Hast du gesagt. Ja, nicht! Doch. Würde ich nie machen. Doch. Such die Kiste und zeig mir, wo sie ist. Ach so, die Kiste soll ich aussuchen. Ja, ja, ich hab ja den Dietrich. Oh, ich hab verhessen, dass ich nicht die ganze Zeit rennen darf. Jetzt bin ich leer. Und hungrig. Dann isst was. Ich hab doch da. So. Wenn jetzt da was kommt, was mich essen will. Dann isst es dich. Dann isst es mich voll oft. Ich glaub auch. So ne Scheiße mit der Scheiße. Und nun? Weil du... Du bist dann so langsam wie... Wer ist die Schnecke von Spongebob? Spongebob! Spongebob! Gary! Gary. Du bist so langsam wie Gary. Such die Kiste. Ich will jetzt noch schnell ein Erfolgserlebnis haben. Kannst nur hoffen, wenn wir nach Hause kommen, dass der Strom noch an ist. Ach so, nee, der springt nicht an. Dann geh ich lieber nach Hause. Und geh auf der anderen Seite meine Kiste suchen. Da kenn ich wenigstens, wo sie liegt. Dann geh ich erstmal gucken, was der Strom macht. Dann geh ich erstmal gucken, was der Strom macht. Weil der wird nämlich aussehen. Befürchtig fast. Hey, glaub ich nicht, die... Oh, come on. Also so schnell hat der bestimmt nicht leer gesaugt, oder? Oh, Sekunde 10! Saugt halt! Ja, ja, aber müsste man mal checken, ob das Ding wirklich leer saugt. Oder ob es da ne... Keine Ahnung, ne Sperre gibt bei 1000, oder... Oh, Herr Knot, warum, wo, weshalb da? Na, die Arme hantieren hier noch rund. Na, siehst du. Der Strom ist bei 1000. 300. Also gleich alle. Und wie viel Prozent hattet ihr habt? Hä? Ist fertig! Hä? Ist fertig! Oder vorhin erst bei 35 als Verlosen. Aber jetzt ist es fertig! Ist es blau? Ist es blau? Ist es blau? Blau soll es sein? Ich wollte es rosa. Nee, geht nur Tarn und Wintertarn und so Tarn und... Und rosa. Geht nicht. Nee, rosa geht's nicht. Rosa. So. Na, jetzt machen wir das nächste. Ach, nee, geht ja noch nicht. Na, wovon denn? Keine Hände, keine Kekse. Naja, wir können ein bisschen noch warten und diese Teilchen schon vorherstellen. Ja, stell die mal her ohne vorher. Wir haben Septemberraum, dit. Na, weil, war... Wird so ist? Schon Baumwolle gefunden worden. So, nächster Teil. Was brauchen wir denn? Komm mal her. Dann fangen die Elche bald an zu beißen. So. Räder. Äh, vier Premium. Fünf oder acht? Ich kann es nicht sehen, meine Augen. Vielleicht muss ich auf meinen Bildschirm drehen. Ey, ich brauche noch Brille. Acht, glaube ich. Acht oder sechs? Oder fünf? Acht. Na, mach einfach acht und es ist sicher. Acht und vier. Also acht. Heavy. Okay, dann reicht das nicht. Das reicht lange nicht. Also, die Schwarzdinger reichen nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall noch... Was hatte ich von gesagt? Wir haben noch neun. Dicker, dicker Hase. Dicke tun. Ja, denk doch, wir haben nicht so viel Dampf mehr. Häschen und Hühnchen. So, jetzt fehlt es wieder am Zink. An Zink. Nicht am Zink. Hm. Wie viel von den Heavy Boys habe ich gesagt? Acht? Von den Heavy Balls? Ja. Okay. Also, das läuft jetzt hier so weitestgehend durch, aber bei weitem noch nicht, das, was wir brauchen. Jetzt sortiert das mal kurz hier wieder ein. Ja, wir brauchen Zink und die Schwarzen. An das andere geht. Und, was? Na hier. Ja. Ah, die wenigen Dinger laufen ja auch auf Zink. Aber dauert eben ein bisschen. Schade. Schade. Na ja, aber guck mal, wir haben schon ein bisschen geschafft. Ja, klar, ist wieder ein Teil fertig. Also, ist okay. Hat zwar ein bisschen Vorbereitung gebraucht, aber... Finde ich erstmal okay, ne? Dann müssen wir eben nochmal in die Höhle gehen, aber da kriegen wir immer nur drei raus. Ja, das letzte Mal hatte ich elf. Bin anderthalb Tage unten gewesen. Ja, aber die sind ja jetzt wieder nie da. Und wir brauchen Wasser. Wasser brauchen wir eine Menge, jetzt stimmt. Hast du ja wieder irgendwas rumgeschmissen? So. Tja. Was machen wir? Ich muss erstmal was essen. In der nächsten Folge da runter gehen. Warte. Ist... Die Räder sind denn das letzte? Nee. Danach kommt noch Elektronik oder sowas. Ah ja. Nee, danach kommt Sitz und Elektronik. Okay. Scheiße. Verdammt. Ja, wir gehen jetzt erstmal noch auf die Dietrichs-Seite schnell, wenn ich gegessen hab. Acht Bolzen, vier dicke. Vielleicht ist der da noch was drin, was wir brauchen. Bekocht irgendwas. Hm, mein Essen. Ah, okay. So, los. Dann gehen wir nochmal hier rüber und gucken mal nach dem Dietrichlein. Dietrichlein? Dann kann der Strom noch ein bisschen auffuschen sich. Ah, das ist glaube ich das wenigste. Also strommäßig waren wir nicht so schlecht unterwegs eigentlich. Ich hab keine Spitzhacke mehr, falls was abzubauen ist. Oh, die Idee. Hey, mir war's, als wenn wir irgendwo noch eine hatten. Ich hab'n Bär. Schön. Oh, der ist garstig. Oh. Oh, der macht alles kapatt. Ja. Nicht so schön. Doch. Hey, den mit Bären mag ich nicht so direkt in Auge. Du musst nur rennen und wenn sie brüllen, kann sich umdrehen und schießen. Und dann musst du wieder losrennen. Wenn sie wieder brüllen, weil wenn sie brüllen, stehen sie ja immer. Das wisst ihr ja vom Paar jagen. Paar jagen. Ähm. Los, Kiste. Gib sie uns noch. Zeig dich. Ist aber hier. Nördig war sie hier. Da hatten wir kein Dietrich. Sag, ich sehe sie schon. Du siehst sie schon? Hm. Ne, ist ja nicht. Ist ein Fahn. Dietrichkisten. Scheißer fahren. Betrüger fahren. Du erkennst keinen, keinen 6 und keinen 8 und siehst auf 10 Kilometer die Dietrichkiste? Naja, Betrüger fahren. Fake fahren. Aber ich glaube, ich sehe sie, oder? Ist das eine Holzkiste? Ja, ist eine Holzkiste. Shit. Eine Baukiste. Komm, die liegt hier immer in den... Ist nur eine Muni. Ich geh jetzt eh hierher, weil... Ich muss ja meine Finger nochmal schnell schrubben. Im Bach. Noch eine Baukiste. Insekten, hast du immer ein Insekten-Dings nebenan? Nee. Nee. Bumblezaun. Oh, ich habe einen Zink. Aber das wird meine Spitzhacke nicht mehr schaffen. Doch. Einen Schlag hätte er so gelohnt. Sitzung, sind rumt. Ja? Ich glaube, ein Zink. Ist der Bär noch da? Nee, der war ja nicht da. Der hat nur gequiet. Ja. Bum, macht er noch nix. Ich spiele nur... Mann! Arschloch, du hast ja die Nau gesehen. Nee, ich bin hinten gewesen. Boah, ich bin zehn Meter vom Studio flogen. Schau wieder. War der Bär doch noch da? Ja, ja, klar. Und du wusstest denn die Anzehnau? Nein, ich wusste es nicht. Boah, der ist ja nicht gelaufen. Der hat doch nur Ö Ö Ö gemacht. Hast du ihn getötet? Nein! Nein! Ich hab... Ich suche die Kiste an, wenn du rennst. Oh, Alter, meine Herze... Mir tut der ganze linke Arm weg. Ich steh kurz vor dem Herzinfarkt. Oh! Äh? Oh! Mal schon mal den Versicherungsvertreter anrufen und die konnte nochmal durchgehen. Oh! Tut weh! Oh, ich erhol mich nie wieder davon. Ist der noch hinter mir? Ich halte nie wieder an. Ich frag dich und nie wieder. Ich hab doch nicht gesehen. Ich war doch nicht da. Auah. 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 Da oben ist Kupfer und da drüben ist Eisen. Hier oben ist Kupfer. Hier geht Kraucheroff vor mir. Bin ich eben auch. Und dann war das Maul hinter mir. Bick dich doch. Hey, kein Glück mit Kiste. Okay, wir haben ein Fahrzeugteil mehr. Ja, ja, ja. Das ist schon gut. Was haben wir hier? Kalium, was? Wollen wir Kalium? Nein. Nee. Ich kann ihn nicht mehr rumwickeln, packeln, weil... Mein ist kaputt. Ah, nee. Kann man da eine bauen? Äh, genau. Hm. Da, Zink. Jetzt ist es weg! What? Kurz bevor du angekommen bist, oder? Als ich da drüben dabei war. Ich hasse alles. Oh, hier ist hoch. Hoch ist doof. Tja. Das Kupfer. Leider nein. Ja, leider nein. Leider nein. Ja, dann muss er ja morgen da liegen. Kann sein. Ja, wir haben sie bloß nicht gesehen. Wahrscheinlich irgendwo in so einem Busch, so ein bisschen versteckt oder so. Kann ja auch immer oder auf dem Edenfelsen. Manchmal liegt ich auch auf dem Felsen. Aber nee. Ganz so genau guckt man ja dann doch nicht. So? Mit meinen Luchsen. Ja? Hm. Fischauge. Naja. Ich geh mal zurück, ist mir zu duster. Bin schon zurück. Ich glatt schon auch nicht. Reicht für heute. Noch Aufregung gehabt. Ja. Ich hab nicht gesehen, wie das Fahrzeugteil fertig wurde. Ja, wir waren ja nicht da. Na egal, also brauchen wir bloß noch zwei. Also bräuchten wir eigentlich 24 Schwarzkristalle noch, wenn die anderen Teile hinaus so teuer bleiben. 24 ist es. Dann müssen wir ja noch dreimal da runterlatschen. Ich will da nicht mehr runter. Code Games gibt uns ja immer nur neun bis zwölf. Drei bis fünf. Oder so. Gute Mauer, Schluss für heute. Ich hab genug Schreck. Geht ins Bett. Mein Herz schlägt wie Sau. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Müssen wahrscheinlich in die Höhle. Schleppen wir euch mit. Schlachten die Hühner, gehen die Dietrichkiste suchen und setzen das nächste Teil an, hoffentlich. Mhm. Gut, bis dahin. Haut darin. Ciao. Was ist die Ereと, gesaretste. Was ist die Ere zu? Wir sind die Ere für heute. Vielen Dank.